Ich begrüße die Industriemeister mal wieder ganz herzlich zu einem kurzen Video. Ich möchte hier auf etwas aufmerksam machen und zwar Nutzer mit iOS-Produkten. Heißt iPhone, iPad. Und zwar kann man mittlerweile ja Mitglied werden auf meinem Kanal. Wenn man hier drauf klickt, dann findet man heraus, was man für Vorteile hat. Mir geht es jetzt tatsächlich um die Preise. Generell, wenn man Mitglied wird, ob man jetzt für Stufe 1 oder 2 sich entscheidet, kostet 4,99 oder 9,99. Mich haben jetzt Leute mal darauf aufmerksam gemacht, die iPhone, iPad-Produkte haben und sich dann diese Mitgliedschaft abschließen wollen, dass die jeweils 5,99 sowie 12,99 zahlen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Tatsächlich geht dieser Preis oder dieser Unterschied an Apple selbst, dass die euch diese Funktion, sage ich mal, freischalten. Somit, ich empfehle folgendes zu der Lösung. Ich empfehle einfach die Mitgliedschaft, falls ihr 5,99 oder 12,99 zahlt, erst mal zu kündigen, abwarten, bis das abgelaufen ist, dieser Monat. Anschließend empfehle ich euch über eurem Laptop euch anzumeldet oder falls ihr auch Macbook habt, das ist alles kein Problem, weil dann müsste der Preis standardgemäß 4,99 sein, sowie 9,99. Ihr zahlt dann nicht quasi nochmal was drauf für Apple. Die Samsung-Produkte, die kann man ganz normal für 4,99 sowie 9,99, aber bei Apple muss man ja eine Extrawurst wie immer haben. Vorteile hat man, also wenn man sich über seinem Laptop anmeldet, dann zahlt man die 4,99. Das heißt, man kann dann weiterhin über sein Handy, weil das ja derselbe Account dann ist, auch Zugriff auf diese Videos haben. Man sucht sich dann diese Playliste aus, zum Beispiel bei Strom und irgendwo die letzten Videos, die sind ja normalerweise, die kann man ja nur sehen, wenn man Kanalmitglied ist. Somit wird das dann auch über das Handy funktionieren, weil das derselbe Account ist. Dann geht das automatisch. Deswegen nochmal bitte, kündigt das, falls ihr mehr zahlt. Ihr müsst nicht mehr zahlen als nötig für das ganze Zeug. Kündigt einfach, wartet ab, bis es abgelaufen ist und dann schließt ihr die Mitgliedschaft über eurem Laptop ab, wo ihr nur 4,99 sowie 9,99 zahlt. Gut, ich bedanke mich weiterhin von ganzem Herzen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.